Herzlich Willkommen an eurem Freunde. Im letzten Part sind wir ausgebrochen, haben Prison Break gespielt und Leute, haltet euch fest, es wird eine sechste Staffel geben. Wer braucht diese scheiß Staffel von Prison Break noch? Ich weiß es nicht, Leute. Die letzten vier Staffeln waren alle so kacke. Wieso? Ich verstehe die Leute nicht, die das entschieden haben. Echt nicht. Egal. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder in Nexomon-Extension. Also, was du erlaubt, den Cardion gemacht, Moritz. Edward, du glaubst doch nicht wirklich, dass Vardos eine gute Idee ist. Ich habe gehört, selbst eure eigenen Leute haben Angst vor ihm. Diese Entscheidung liegt nicht bei dir. Vardos ist eindrucksvoll. Ja, aber er ist auch eine akzeptable Kreatur. Ihr solltet mal mit ihm sprechen. Du bringst uns alle ins Verderben, Edward. Moritz, ich habe euch nur vergeben, weil ich euch als Thema respektiere. Deine bisherigen Erfolge sind die einzigen Gründe, warum ich euch diese zweite Chance gebe. Verschwendet sie nicht. Ein weiteres Fehlverhalten gegenüber der Gilde werde ich nicht tolerieren. Taucht eine Weile unter, okay? Tut nichts Unüberlegtes. Ja, danke etwa, dass du uns zumindest befreien wolltest. Das war sehr nett von dir, auf jeden Fall. Oh, richtig. Unser Mentor wollte sich mit uns treffen, oder? Das Observatorium soll irgendwo im Osten von ihr sein. Ja, danke schön, dass du mir schon mal gezeigt hast, wo es ist. So, aber als erstes reden wir mal über den Geist hier. Eigentlich ne, eigentlich nicht. Ganz ehrlich, ne. Was hat die denn? Achso, ne. Da war so ein Strohballen. Oder wie man die nennt. Lasst mich mal hier vorbei. Ich möchte hier shoppen gehen. So. Hallo. Ich bin da. Scherben. Woher bekomme ich Scherben? Hä? Ich... Boah. Wo konnte man nochmal? Aus Scherben Puk... Äh, Nexo... Traps machen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß... 340. Seid ihr Wucher, oder was? Ne. Ne, 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 ne. Nicht mit mir. Ihr werdet ja immer unverschämter. Ganz ehrlich. Ah, ne. Die bringt mir auch nichts. So, was... Oh, ups. Warte, ich hab hier eben... Noch den Stein hier gesehen. Den aktivieren wir mal eben. Ne, das ist so lächerlich, oder? Ich komme aus Farum. Also, es ist alles in der Terrier einfach unverschämt teuer. Ja. Ich hätte besser planen sollen, bevor ich hierher kam. Hast du Ersatzvorräte? Komm, hilf einem Tamer, Kumpel. Muss ich ja echt sagen, ne? Ne? Aber, ja, es ist hier sauteuer. Ich würde hier auch weinen. Ganz ehrlich. Äh, Team? Oh, Team muss geheilt werden. Team muss geheilt werden. Ja, dankeschön. Ah! Ah! Ah, schade. Ach, ich soll nach rechts gehen wahrscheinlich. Okay, okay. Wir gehen erstmal hier rein. Ah, ha? Ein Elixier. Oh, la, la, hallo, Dame. Ich hab... Ich... Ich hab wirklich nichts gegen die Gilde. Aber es gibt wirklich keinen Grund für euch zu uns zu kommen. Der Terrier braucht keine Hilfe. Oh, okay. Naja, was sagst du dazu? Hallo, warum bist du hier? Und nicht in der Stadt der Feiglinge, Parum. Versteck dich lieber hinter deinen schönen, hohen Mauern. Hä, ich wohne da doch gar nicht. Mann. Die haben alle Vorurteile gegenüber mir. Und ihr? Die Gilde ist so passiv. Kein Wunder, dass sie immer wieder Städte verliert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Parum fällt. Es ist traurig. Ich glaube, darauf wird es auch irgendwann hier hinauslaufen, oder? Wir haben unsere Kaserne im Süden. Dort planen wir unseren nächsten Angriff gegen die Tyranten. Das hast du richtig gehört. Wir verstecken uns nicht vor ihnen. Wir jagen sie. Ha. Ja, ist auch, denke ich, das Beste, was man gegen die machen kann. Obwohl, na, ich weiß nicht. Jagen. Verteidigen. Keine Ahnung. Komm ich da runter? Nee, ne? Nee, wahrscheinlich komm ich da von links her. Nee. Okay. Dann gehen wir runter. Ich finde es schön, dass ihr da den Weg so versperrt. Man kann von Lateria halten, was man will, aber die Leute hier wissen, wie man handelt. Scherben, Nexotopes, Kerne, seltene Tränke, einfach alles. Ja, sauteuer alles. Richtig. So, was hast du hier? Als ob ich die Kerne für so einen Schrott ausgeben würde. Wo lebe ich denn? Bin ich Großus, oder was? Nee, 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 ey. Hallo, habt ihr was für mich? Nein? Okay. Ihr seid hier ziemlich, ne? Ihr schenkt mir auch nichts, ey. Ganz ehrlich. Ihr schenkt mir hier nichts. Was soll denn das? Ich hab dir nichts zu sagen. Hey, meine Güte, lass mich alleine. Boah, die hassen mich ja hier alle. Oh, du siehst vernünftig aus. Die meisten Tyranten wurden geboren, weil Abtrünnige wie Djinn und Atlantasee aus Eiern schlüpften. Aber können die Tyranten gefangen genommen werden? Können wir sie zu unserem Vorteil nutzen? Äh. Oh Gott, ey. Jaja, ich lass dich in Ruhe. Aber ich klau dir die Münzen, ja, die du hier versteckt hast. Kein Problem für mich. Kein Problem. TNT, okay. Ihr habt doch auch Mauern, oder nicht? Oder ist das da keine Mauer? Also, ich meine, ich hab da gerade eine Mauer gesehen. Alter, ihr seht alle so lustig aus. Schauen wir momentan außerdem sehr, sehr gerne Naruto-Reactions an. Das fiel mir jetzt gerade ein, weil der Typ da so eine Art Stirnband hatte. Oh, das ist in Ordnung, ja? Ja, bitteschön. Freu dich. Freu dich einfach. Okay, mit euch brauche ich nicht zu reden. Observatorium im Osten eigentlich, ne? Naja. Naja, Osten sind wir jetzt hier nicht, aber ich möchte halt kurz die Stadt hier erkunden. Weil die ist ja natürlich neu. Okay. Onigiri. Super. Du siehst besonders aus. Ah, bitte sprich nicht mit mir, Gehentheber. Das ist kein Ort für dich. Bitte geh. Oha, man. Die hassen mich wirklich alle. Aber Leute, ich war im Gefängnis. Ich bin kein Gehentyp. Siehste? Ich bin sehr, sehr nett. Nett, nett, nett. Oh, du siehst auch lustig aus. Herzlich willkommen. Willkommen in La... Oh, du bist einer von denen, nicht wahr? Ähm, verschwinde aus meinem Haus, bitte. Eure Leute sind hier nicht willkommen. Äh, die hassen mich wirklich alle. Okay. Das ist echt... Das ist schon ein bisschen gemein, oder? Als sie mich mit diesen Abschaum vergleichen. So lächerlich, oder? Mann, 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 Mann. Okay, gehen wir nach Osten weiter. Eigentlich ist das ja nie ohne. Doch, ist Osten. Aha, wir hätten nach rechts gehen müssen. Nicht nach unten. Ich bin so lost heute. So lost. Ist auch niemand. Boah, wie viel ist hier denn? Ja, was willst du? Hm. Ja, komm, machen wir. Da krieg ich nur eine Pfeife extra. Das ist nice. Ich find's cool, dass hier überall diese Lautsprecher sind. Das find ich echt interessant. Oh, ja, ja, ja. Hier, was willst du? XP-Booster. Ultra-Wiederbelebe. Hört sich eigentlich echt alles verlockend an. Okay, mach ich einfach. Ja, hier, bitteschön. So, und was wollt ihr jetzt hier? Lass mal sehen. Wow. Alles klar. Ist das das Observatorium? Ach, ich hab's gefunden, Leute. Ich hab's gefunden, aber erstmal hol ich mir hier oben den Schatz. Den Schatz. Begleiter Dinja. Sehr schön. Haben wir einen neuen Begleiter? Den wählen wir natürlich auch sofort wieder aus. Dinja. Da ist er. Super. So, holen wir uns doch die Scherben hier. Sind das eigentlich immer unterschiedliche? Tatsächlich. Also ist das wahrscheinlich, wenn, äh... Wenn die... Runter mit mir. Hopp. Sehr schön. Dann gehen wir mal da rein. Oh. Das ist ein Observatorium in der Höhle? Okay. Oh, mit Säulen. Die müssen aber mal wieder repariert werden. Oh, jetzt sind wir oben. Ist der Geist geworden? Oh nein, er ist auch einer der Kinder von Omnikron? Oh mein Gott. Vor langer, langer Zeit. Der König der Nächste Mond Omnikron selbst hat versucht, diese Welt zu erobern. Mit der Hilfe seiner Kinder. Der Sieg lag in unseren Händen. So schwach und kraftlos die kümmerliche Menschheit war, auf unser Mitleid angewiesen. Wir haben mit ihrem Schicksal gespielt und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Oh, was für eine süße Zeit. Das Zeitalter der Nächste Mond war kurz davor, anzubrechen. Zusammen mit Vater Omnikron hätten wir die Welt von den Menschen befreien können. Die Schicksalfäden waren uns zugeneigt, wahrliche Erinnerungen zum Genießen. Aber ein Verräter unter unseren Brüdern inzensierte unseren Untergang. Die eine mit einem Herz so schwach, dass sie Mitleid mit den Menschen hatte. Dina ließ uns im Stich und tat das Unverzeihliche. Sie brachte in den Untergang. Dieses kleine Mädchen hat sie zu unserer Art verdammt. Das Fehlen eines Königs machte den Nächsten Mond verrückt, was einen jahrtausendlangen Krieg unter Tyranten zufolge hatte. Nur ein wahrer Abkommen vom Omnikrons Blutlinie kann Ordnung in die Welt bringen und den Krieg beenden. Aber ein solcher König wurde vor Ewigkeiten verbannt. Omnikron lebt nicht länger. Aber Omnikrons Blutlinie ist fortgeführt. Die Geschichte geht weiter. Indir. Wir haben das nicht kommen sehen. Aber Dina, die große Verräterin, sie hatte ein Kind. Sie gebar einen wahren Erben der unendlichen Kraft Omnikrons. Und dieser Erbe steht genau vor mir. Ja, tatsächlich. Moritz, du bist Dinas Sohn. Du bist Omnikrons Nachfolger. Was? Ich? Lel. Du bist der künftige König, der Monster. Unser wahrer Herrscher. Als ob ich. Ich dachte, mein Ei. Was passiert denn jetzt hier? Bist du dir sicher damit? Beeil dich bitte. Meine Präsenz hier könnte daran aufmerksam machen. Äh, okay. Ich denke, gerade jede Sekunde mein PC explodiert. Dieses Gebäude. Das ist ein menschliches Waisenhaus. Dina, du lässt dein eigenes Kind Omnikrons Erbe in einem Ort voller Menschen? Moritz soll mit Menschen aufwachsen. Er wird lernen, sie zu akzeptieren. Der künftige König der Monster? Das allmächtige Nexomon an einem Ort wie diesem? Und ich soll so tun, als wäre er einer von ihnen? Komm schon! Ich werde niemals zulassen, dass Moritz so abscheulich wird wie Omnikron. Omnikrons Hass gegenüber Menschen hört auf mit, Moritz. Und wie soll ich Moritz seine übernatürlichen Kräfte erklären, sobald sie zum Vorschein kommen? Die anderen Kinder im Waisenhaus würden sich fürchten. Gib ihm das. Was ist das hier? Ein Tyranten-Ei? Ein gefälschtes Tyranten-Ei. Du wirst ihn belügen müssen, sagt Moritz. Seine Kräfte kamen aus dem Ei. Gute Güte. Du kannst doch nicht glauben, dass dein eigener Sohn dumm genug ist, das zu glauben. Dennoch, es gibt nur ein weiteres Problem. Sobald Moritz alt genug ist, werden die Drachen realisieren, dass er ein Tyrant ist. Sie werden ihn immer und immer wieder jagen. Es wäre gut, wenn Moritz der Gilde beitritt, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Die Arbeit mit Menschen wird ihm zeigen, dass Vater nicht verstehen könnte. Und dann, eines Tages, wird Moritz stark genug sein, den Thron unseres Vaters zu besteigen. Als ob, Leute, das Ei eine Fälschung ist. Ich wollte nur mit einem Tyranten haben. Mann. Der neue König der Monster, der Menschen und Nexomon beschützt. Ach, Mann. Aber dann bin ich ja nicht nur König von Narnia, sondern auch von König von Nexomon. Oh. Zwei Königreiche zu regieren, das wird schwer. Ich brauche auf jeden Fall Unterdaten. Bitte. Was soll ich machen? Es ist wichtig, dass Moritz glaubt, er sei ein Mensch für Henry. Du willst, dass wir behaupten, wir geben unseren Kraft diesen falschen Tyranten ein? Das ist ein wundervoller Plan? Moritz darf seine wahre Natur nicht zu früh herausfinden. Wenn wir nicht vorsichtig sind, könnte Moritz durch seine pure Kraft verbittert werden. Genau wie Vater Omnikron. Das ist doch verrückt. Ich mache mich doch nicht wegen dir zum Narren. Komm schon, Fenrir. Wenn du Vaters Blutlinie weiterführen möchtest, musst du diese Bedingungen erfüllen. Ihr werdet mitspielen. Das ist unsere letzte Chance, um etwas zu ändern. Das wird unsere Erlösung sein. Unsere Erlösung. Wer ist dann Dinas Freund? Also, wer ist mein Vater dann in dem Spiel? Das ist so lächerlich. Also, sollen wir Moritz denken lassen, Omnikrons Erbe liegt in diesem Alpen? Ich werde mit einem super dummen Namen ausdenken. Sowas wie ein Tyrant des Lichts oder so ähnlich. Willst du mir helfen, Elisa? Moritz wird deinen Rat suchen und du musst ihn in die Ehre führen. Das ist doch verrückt. Ich würde gerne sehen, wie sich das entwickelt. Dann soll Moritz jeden den Elementschrein besuchen. Und dann werden deine Geschwister ihm beibringen, seine Kraft zu kontrollieren? Gut, lassen wir den Akt beginnen. Als ob Elisa auch davon wusste, das Erlös ist mein Vater, will ich wissen. Verstehst du es jetzt, Moritz? Amelie hat nichts Falsches gemacht. Ihre Drachen sind perfekt. Der Vollfall von vor 15 Jahren war kein Unfall. Er wurde hervorgerufen durch deine Geburt. Die Drachen sind nicht verrückt. Sie haben Angst, sie erkennen dich als den Stärksten einer Tyranten an. Den wahren Erben von Omnikron. Als der Drache im Wald dich angegriffen hat, wurde uns klar, dass deine Kräfte zum Vorschein kommen. Du wurdest auf eine Reise geschickt, um uns zu treffen und zu lernen, diese Kräfte zu kontrollieren. Alles unter dem Vorwand, ein Tyranten auszubrüten. Früher oder später wirst du stark genug sein, um der nächste König der Nexamon zu werden. Sobald du dein Erbe antrittst, werden die Tyranten von alleine aufhören zu kämpfen. Es würde endlich wieder Frieden einkehren. Aber dann kam Vardos und er kam unerwartet. Diese Abnormalität wurde dazu programmiert, Tyranten bis ans Ende aller Tage zu jagen. Und das schließt sich ein. Wenn Vardos dich tötet, dann wird Omnikrons Blutlinie ein für alle Mal enden. Und niemand wird sagen können, was dann mit der Welt passiert. Was ist hier los? Vardos Kraft aus dieser Entfernung. Es wird immer stärker. Was hat Amelie bloß erschaffen? Ah, da ist Amelie. Ich habe gerade Amelie gesucht. Einwohner von Parum. Das ist Vardos, der ultimative Tyrant. Und hab keine Angst, Kameraden. Vardos ist eine Schöpfung der Menschheit. Entwickelt von den besten Wissenschaftlern. Unter unserer Kontrolle wird er jeden fährsten Tyranten besiegen. Der ist wagt, sich uns in den Weg zu stellen. Seine Kraft ist grenzenlos und so ist unsere Zukunft. Wir können wieder in Frieden leben. Bitte kämpft mit mir und Vardos. Zusammen können wir für die Menschen die Welt zurückerobern. Ah ja. Oh, wer kommt da? Oh, eine Wache. Entschuldige, junger Thelma. Hast du es nicht mitbekommen? Es ist ein Notfall. Alle Thelma der Stadt sollen sich sofort an den Baracken versammeln. Uff, wir haben keine Zeit für Erklärungen, okay? Komm einfach mit mir. Das Observatorium ist jetzt geschlossen. Was sagst du da? Du hast mich richtig verstanden. Im Osten wurde ein Tyrant gesichtet. Die Gilde wird die Stärke von Vardos Power gegen den Tyranten testen. Ihr könnt euch zurücklehnen und zuschauen. Machst du dich über uns lustig? Glaubst du, wir können den Tyranten nicht alleine jagen? Das ist Lateria, Heimat der besten Jäger. Wir haben dutzende Tyranten geschlagen. Und die Gilde dankt euch dafür. Aber jetzt brauchen wir euch nicht mehr. Als Zeichen unserer Dankbarkeit war nicht, euch von diesem Ort weg zu bleiben. Immerhin sind wir uns selbst nicht sicher, wie zerstörerisch Vardos wirklich ist. Hör mal zu, Gidentyp. Uns ist egal, wie stark euer merkwürdiges Nächstemon ist. Das ist unser Gebiet und wir tun, was immer wir wollen. Wenn ein Tyrant in der Nähe ist, werden wir uns drum kümmern. Wie wir es immer tun. Denn die schicke Gilde und Vardos können sich vom Acker machen. Natürlich. Dann tut, was euch belebt, aber seid vorsichtig. Sei leise, Edward. Verschwinde aus meiner Stadt. Oh, ich seh da oben ne Schatztruhe. Osten, okay. Das machen wir natürlich. Aber erst will ich die Sachen gleich klauen. Hey Moritz, willst du den Leuten hier helfen, den Tyranten zu jagen? Ich hab gehört, es soll eine ordentliche Belohnung geben. Oh, komm schon. Hast du Edward nicht zugehört? Alles, was wir machen. Ja, 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 ja. Tschüss, Kleider. Herzlich-Undel-Weiße. Alles klar, alles klar. Im Osten, ich weiß. Danke. So, wir klauen uns mal eben hier. Das hier. Schon wieder ein kosmisches Amulett, ey. Wie oft kriege ich das noch? Und ein Donut. Lecker, lecker, lecker. Stimmt die Uhrzeit eigentlich? 9.31 Uhr haben wir gerade. Ne, die stimmt überhaupt nicht. Die stimmt überhaupt nicht Oder sieht ein bisschen aus Wie Ash Doch nicht Naja Dann gehen wir mal in den Osten In den Osten Aber erst im nächsten Part Wir sehen uns dann Irgendwann wieder Bis zum Eukamito Und ciao